Ja hallo liebe Freunde, das Spielstabendays to Die und das Modstabestavation. Wir haben Tag 7, die Horde steht an. Und ich bin hier in das Coliseum geflüchtet. Das heißt, in dieses Stadion, was die da haben. Hab natürlich Schiss, dass sie mir alles unterm Arsch wegreißen hier. Ich hoffe, dass ich die Horde überlebe. Und dann, ja, viel Spaß gleich. Wenn die mich tausendmal nicht finden, ich gehe trotzdem nicht weg. Ich gehe nicht auf den Boden und laufe vor den Weg. Ich gehe nicht weg. Eieieiei. Wenn die einmal sehen, dass da eine Treppe rauf führt, dann ist sowieso vorbei. Dann muss ich aufs Dach. Ich bleibe da einmal so lange einer stehen. Bis dass ich den abschießen kann. Wieso sind denn da die Geländer runtergefallen? 30 Sekunden abenteuien, weit her. اصpagt 7 Line 1 2 2 3 1 1 1 2 Bis jetzt klappt es ja noch ganz gut. Bis jetzt. 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 дом. Bleib fliegen! Ja, in der Schule sind die Ratten schon. Das ist ja große. Was ist das denn? Uranium! Uran haben wir! Schön! So liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, wenn ihr dabei wart. Ich sag, ciao, ciao und bye, bye. Wenn ihr wollt, sehen wir uns am Resttag von Tag 8 wieder. Tschüssi!